Ich bin's Michelle und ich habe heute ein Ausnahmevideo für euch, weil heute ist Samstag und am Samstag lade ich eigentlich kein Video hoch, aber die Ilona, mit der ich dieses Swap gemacht habe, also das Tauschpaket, die hat am Samstag Uploadtag und ja eine Ausnahme. Auf jeden Fall ich und Ilona haben ein Swap gemacht und wir haben uns ausgemacht, dass wir beide 30 Euro ausgeben und ich, für mich ist es irgendwie viel teurer geworden, weil ich habe ein bisschen mehr als 30 Euro ausgegeben und der Versand nach Deutschland waren dann 15 Euro und wir sind irgendwie nur 4, also was? Ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Oh ja, ich bin mega unfähig, deshalb, oh Gott, oh Gott, nach dem Video habe ich keine Finger mehr. Ich bin wie zur Hölle. Was soll ich tun? Ah, shit. Ah, spielt nicht mit Scheren, Kinder, spielt nicht mit Scheren. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, Moment. So sieht das Päckchen von innen aus. Ich hoffe, ihr kennt was. Oh, süß. Sie hat ein Handbuch dazu gelegt. Ich habe nur ein Stück Geschenkpapier genommen und was draufgeschrieben. Okay, jetzt fühle ich mich kacke. Handbuch und hier, ich denke, es ist aufgegangen. Ich mache es mal zu. So, perfect. Also, ich lese das mal vor. Hallo, liebe Michelle. Das ist das offizielle Handbuch von unserem mega super besten Swap-lich. Swap-lich? Ah, Swap. Das ist eine Klammer. Ich hasse das Wort Swap. Haha. Hoffe, die Produkte gefallen dir. Viel Spaß und halte dich an die Regeln. Oh Gott, Regeln. Ich habe keine Regeln. Mann. Rules. Such dir ein Produkt aus. Rate, was für ein Produkt es ist. Schaue, welche Nummer es ist. Schlage die passende Seite im offiziellen Handbuch auf. Okay, okay. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Also, hier drin ist wunderschönes... Oh, dieses Geräusch. Perfekt. Das ist das, was drin ist. Das sind verschiedene Sachen zusammengebunden. Und ich mache es jetzt mal auf. Oh Gott, ich fange an zu weinen. Okay, ich bin ziemlich müde. Immer wenn ich müde bin, fange ich an zu weinen. Fünf zuerst, weil das das kleinste ist. Ah. Es fühlt sich an wie Schokolade. Also... Oder Lidschatten. Okay. Zwei komplett verschiedene Welten. Ein Puzzle. Ich liebe so unnötige Miniaturen. Oh Gott, ich mache alles dreckig. Okay. Instant Long Wearing Staining Powder Blush. Ein Blush. Oh Gott, ich habe zwar Französisch, aber ich bin richtig schlecht. Von The Balm. Machen wir es auf. Ich habe Angst, das kaputt zu machen. Wearing Staining Powder Blush. Wearing Staining Powder Blush. Wearing Staining Powder Blush. Oh, das ist urschön. Woher kriegt man so kleine Dinge? Ich finde kleine Dinge toll. Wir haben ein kleines Salz zu Hause. Nummer 4. Ja. Zu viel steht... Rar. Okay. Also vielleicht hat es was mit einer Katze zu tun. Ich weiß nicht. Was kann da drin sein? Punkt Primark Ohrstecker mit Kätzchen drauf. Also da... Oh, ich liebe Kätzchen so sehr. Oh, ist das toll. Also hier sind kleine Kugeln. Herzchen und Kätzchen. Okay, die werde ich sofort rein machen. Bei Nummer 2 steht... Ausländisch. Aus B... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leerstellen. Gut für dein Pickelface. Spaß. Hab dich lieb. Okay, ich habe ein Pickelface. Es ist alles Make-up. Alles Fassade. Ich habe wirklich Hautprobleme. Also ich denke, dass es eine Maske ist. Aus... Baumla... Ach Gott, ich wünschte es lieber hier. Dann könnten wir Hangman spielen. L'Action Paris Hydrating Scrub. Fühlt sich toll an. Und das ist eines voll süß. Dieses mit diesem... Das ist immer noch voller. 1. Es schimmert. Einer meiner Lieblings... L... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Leerzeichen. Meine Lieblingsmarke. Es passt voll gut zu mir. Wie in die masculine Lge... Die Lieblings-L? Lieblings-Was? Mein Gott, wenn ich schlechte Mörder erraten. Lieblings-Lelle... Lieblings-L... Lidschatten. Gott, bin ich dumm. Was? Das kannst du mir nicht sch... Ilona, das kannst du mir nicht schenken. Das ist... Was? Ich bin grad total sprachlos. Was zur... Es ist... Ich kann nicht... Es ist ein MAC Lidschatten. Ich hab noch gar nichts vom MAC, weil es nicht so... Ich weiß nicht, ich hab das Geld dafür nicht und... Was? Du kannst mir kein MAC Lidschatten schenken, verdammt. Also es ist die Farbe All That Glitters. Glaube ich. Oh mein Gott. Ich bin gerade schockiert. Die Farbe ist richtig schön. Das ist so ein... Ist das ein... So Rose Gold? Braun? Gold? Rose Gold? Das ist Rose Gold. Rose Gold. Rose Gold. Oh, das ist uhrschön. Toll, jetzt fühle ich mich schlechter. Lidschatten. Das geht sich aus. Ja, Lidschatten geht sich aus. Nummer 6. Ich hoffe es passt. Sexy Michelle. Bin ich nicht wunderschön? Oh ja. Was soll passen? Ist das Schmuck? Was kann das sein? Oh mein Gott. Ich bin richtig schlecht im Raten. Oh shit. Oh mein Gott. Das ist das Browsing von Benefit. Und das habe ich schon zu Weihnachten bekommen. Oh Gott. Was? Wie zur Hölle? Allein das kostet 30 Euro. Wie soll sich das ausgehen? Ilona, das kannst du doch nicht machen. Und jetzt habe ich es doppelt. Ich... Oh Gott. Was soll ich tun? Ich meine ich habe es als Backup. Aber... Oh Gott. Shit. Jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich es schon zu Weihnachten bekommen habe. Aber danke. Das ist so süß. Und es ist genau das. Es ist genau meine Farbe. Das letzte ist die Nummer 3. Und da steht... Gehypt von Fanny Pilgrim wie Sonnengeküsst. Ich schaue Fanny Pilgrim nicht. Ist das jetzt schlimm? Oh mein Gott. Was? Du kannst das nicht tun. Verdammt. Das ist ein Bronzing Primer. Ich glaube ihr könnt das alle. Das ist von Bourgeois. Und das ist dieser Bronzer, den es auch in so Schokoladenausführung gibt. Und... Oh Mann. Das sind alles so tolle Sachen. Letzte Seite. Danke für das Einhalten des offiziellen Handbuches. Wie es hat dir nicht gefallen. Schreib mit an. Gell? Liebe Grüße Ilona. Oh Gott. Verdammt. Mein Paket kackt ja voll ab. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich das Paket wundervoll fand. Und dass ich mich voll gefreut habe. Ich möchte dir ein großes, großes Danke sagen. Weil das kannst du nicht tun. Das ist viel zu teuer. Und ich bedanke mich dafür. Und ich würde ihr gerne persönlich Danke sagen. Aber es geht nicht. Und wir müssen uns unbedingt mal treffen. Und dann machen wir irgendwas cooles. Und... Meine Hände sind so kalt, weil ich so aufgeregt bin. Das war das Tauschpaket von Ilona an mich. Und wenn ihr das Tauschpaket sehen wollt, was ich ihr geschenkt habe, also geschickt habe, dann klickt am besten unten in der Infobox auf den Kanal oder auf das Video, was ich euch auch verlinken werde. Damit ihr auch sehen könnt. Wieso rede ich so komisch? Damit ihr auch sehen könnt, was ich ihr geschickt habe, wenn es euch interessiert. Und sie ist wirklich, wirklich toll. Und schaut da ihr vorbei. Und wieso sage ich das? Absolut jeder von euch kennt sie. Wenn ihr mich schaut, kennt das Video auf jeden Fall. Freue mich so. Dankeschön. Das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.